So, okay, jetzt kommt die Auflösung. Als was verkleidet sich Draggy dieses Jahr im Karneval? Draggy, sag es. Ja, ich bin als Super Mario verkleidet. Ja, dreht Wario um und ihr habt die Lösung. Ich meine, das war doch kinderleicht, oder? Also, ich habe, glaube ich, vorher sogar die Melodie gesummt. Also, das war ein heißer Tipp. Kommen wir erst im Nachhinein drauf, beziehungsweise erst jetzt. The way to the open door. Ja, wir kommen aus der Villa heraus. Übrigens, falls es irgendwer hat, herzlichen Glückwunsch. Du bist toll. Du bist jetzt in der Videobeschreibung. Bitte klickt alle drauf, alle, die das Video sehen und danke. Mäuse! So, eins, zwei, drei, vier, Mäuse, fünf. Okay, ich glaube... Boah, du kannst Römisch lesen. Voll krass. Boah, ich kann Römisch. Da ist das Ziel. Aber ich kann da nicht rein. Ich kann nicht ins Ziel. So nah und doch zu fern, weil die Plattformen da unten nicht sind. Siehst du? Ja, voll schlimm. So nah und doch zu fern. Ja toll, und was soll ich da jetzt machen? Ach so, jetzt wird die vierte Tür offen sein. Bliff, 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 bliff. Ja, jetzt ist die vierte Tür offen. Scheiß Maus. So. Da ist ein Pfeil. Nein, geh nicht runter. Geh nicht runter. Nein! Was machst du hier? Er wirft dich runter. Jetzt bin ich sowieso unten. Das hast du toll gemacht. Das hast du gut gemacht. Austaus. Wow. 100. und Draggy ist leise ja kommt auch nicht so oft vor und noch eine hunderter Münze was ist denn hier los äh dann gibt es da irgendwo eine schräge oder sowas sonst bekomme ich das nicht wirklich kaputt du hättest die Teile auch rollen können ja natürlich natürlich achso ne da brauche ich einfach einen Schalter dann kann ich das holen so ok du bist völlig umsonst da eigentlich nein der hat schon sein Sinn der hindert mich nur am zurückkommen so einer ist tot einer von vielen wow das war knapp so ok zurück und was oh jetzt ist 5 eins ist auch offen so zombie alter link da kannst du nicht einfach ins Licht lenken ne ok so geht's schneller nein deine Lieblingsfeinde nein nein so warte ich kann die auch einfach von hinten kaputt machen und da komme ich jetzt kurz vorm ende des spiels drauf dass ich nicht warten muss bis ich die abreagiert haben sondern dass ich die auch einfach von hinten fertig machen kann und da sagt mir kein einziger user in den kommentaren die ja die spiele immer ach so gut kennen ich habe mich enttäuscht ich meine schau dir das an ich hasse dich halt die Fresse ach so die geht das geht nur wenn sie am boden sind glaube ich weil am kopf haben sie ja stacheln ne und hier brauche ich auch einen schalter damit ich hier durchkomme und wieder zurück okay welche türen sind jetzt offen 3 in 3 waren wir noch nicht okay ihr blöden mäuse ist ja schon mal aufgefallen mario stirbt immer wenn er einen gegner berührt war hier aber nicht weil weil er so fett ist ja der hat genug fett um die bis attacken von ratten zu überleben genau das hast du gut gemacht kaiju fuck so ok warte ich geh da zuerst mal rauf weil da ist ja ne Tür so excellent so andere seite kaiju fuck so kaiju hey weißt du welches pokemon am geilsten war welches russana tippen 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 russana russana warte irgendwo wurde russana verboten weil sie irgendwie meinten das sei voll rassistisch echt ja weißt du du weißt schwarz und große lippen hallo ich bin nicht doof anscheinend ok wir waren nur in tür 2 noch nicht also muss da irgendwo der schalter sein oder das ziel das wäre natürlich schön weil hier finden wir jetzt schon einen schatz kuki hallo auf kuk ja man ruf kuk shit ich habe ihn nicht gesehen war er da ich weiß nicht ob er da oder da war so ich hätte gedacht wenn gehabt um rechts aber le찬 rechts ob jetzt ist er bestimmt unten nicht 100%ig phil fragi kann ich dich mal für Pole momente muten wird dir das was aus machen was kann ich dich mal für den moment tun was heißt muten auf tonlos stellen er habe noch den schreibe mir gerade ok ich geht gleich zurück Okay, gut. Endlich ist sie weg. Jetzt kann ich das endlich wieder mal alleine spielen, dieses Spiel. So, war es jetzt da? Ja, okay. Ohne Draghi schaffe ich es sofort. Ich bin so geil. So, ein Weinglas. Ja, passt gut zu Rollerfahren und Parkour, ne? Drunk driving. Und, warte. Jetzt ruft irgendwer anders an. Die Nummer kenne ich nicht mal. Toll. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht zu laut so. Okay, in zwei waren wir noch nicht. Du blöder Maus. So. Heute ruft mich ständig wer an. Warum passiert das sonst? Ihr habt das Telefon eigentlich nicht mehr. Jetzt kommen wieder diese verdammten Fügel. So. Hier ist der Schalter. Okay. Mann, das wird lustig, wenn ich dann Draghi alles zusammenfassen kann. Was passiert? So, okay. Und jetzt können wir überall durchgehen. Ich glaube, ich muss zu fünf, oder? Nein, ich gehe mal zu vier. Mal sehen, was hier alles passiert ist. Nix. Aber das ist jetzt hochgegangen. Jetzt kann ich das mal holen. Okay. Ähm. Und ihr seid wieder da. Natürlich! Spiel könnte nur noch schlimmer werden, wenn, so wie bei Ninja Guiden, die Gegner sofort wieder spawnen würden. Gott. Verfasse. Bam, 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 bam. Aber ihr merkt schon, jetzt ist Draghi weg und das ganze Let's Play ist auf einmal viel unbelebter. So. Nicht unbeliebter, sondern unbelebter. Okay, unbeliebter vielleicht auch. Kann ich mir gut vorstellen. So, ach ja, genau da war das Ziel. Gut. Dann habe ich das Level jetzt geschafft. Aber diesmal mache ich noch ein zweites Level, weil jetzt habe ich erst acht Minuten gespielt. Und das ist mir zu wenig für ein wahre Paar. Zu wenig. So. Boah, wenn es jetzt eins ist, wenn Draghi nicht da ist, das wäre jetzt zu schön. So. Okay, du bist wieder da. Ich habe das Level währenddessen geschafft und ein bisschen über dich gelästert. Wow, Mann! Es ist diesmal keine Eins. Ich habe gerade gesagt, Mann, das wäre jetzt schön, wenn der Eins wäre, wenn du nicht da wärst. Halt die Frisse! Halt die Frisse! Das ist eine Acht, oder? Nö. Shit, das kann auch eine Null sein. Fuck. Oh mein Gott, ja. Ach Gott. Hast du Glück gehabt. Oh Gott. Schei. Naja. Du kannst sie dann im Nachhinein ansehen. Ich gucke sie mir eh nochmal an. Naja, du kannst sie dann im Nachhinein ansehen, wie ich über dich gelästert habe. Das wird dir gefallen. So, genau. Ich weiß schon, dass ich die Wagen zu fangen. Das, was wunderbar dazu passt, zu Rollerfahren, Parkour und so, Drunk-Rising und so. So gut nichts ist. In der Straßenverkehr, so hat nur bestehen können. Coming back is difficult. Was? Das coming back is difficult. Ja, ja, das ist so, dass das auch. Ja, vor allem die Funktionen kämpfen. Genau, aber... Ja, wenn man das als come back mitzeichnen darf. Naja, ich glaube, das ist das Hauptziel von denen, oder? Ja, und Geld halt, ne? Und Geld. Aber ich meine, schon mal in dir auch. Erst im Playboy und so. Mhm. So, okay. Und jetzt auch noch die CD. Also das war schon eine reine Marketingstrategie von A bis Z bei dir irgendwie. So von wegen... Sie hat Jay voll lieb. Was? Von wegen sie hat Jay voll lieb. Was meinst du, das ist wohl gespielt? Nein, überhaupt nicht. Ich denke nur nicht, dass sie sie liebt. Die wollte nur wen zum Rücken schmauen. Ja, für alle Frauen. So wie du, ne? Das ist auch jeden zweiten Tag ein Angriff. Alle zwei Monate... Ja, die heißen die alle David-Lord. Irgendwie heißen die alle David. Das mach ich extra so, weil dann brauch ich beim Sex keinen anderen Namen stöhnen. Genau, kann ich mich nicht verstöhnen. Okay, also wirklich. Ich stöhne lieber Jumpstart forever. Ja. Aber anders. Bist du dir sicher? Er wird nicht so irritiert sein, dass er nie wieder den Kommentar schreibt. Ja, glaub ich auch. Bitte schreib weiter. So. So. Okay, da komm ich überall nicht durch. Nicht durchkommen? Da komm ich nicht durch. Wieso? So, okay. Ich brauche wieder meinen Schalter. Das nervt mich irgendwie. Das nervt mich irgendwie. Das nervt mich irgendwie. Du wiederholst dich. Du wiederholst dich. Ich wollte gerade sagen, das nervt mich irgendwie das in diesen Welten, das man da irgendwie wartet mal. immer so'n Ding holen muss, ja. Das sieht aus wie eine Tür. Ja, aber das habe ich auch mal. Nein, ich habe es gerade probiert. Ja, aber das andere hat genauso ausgesehen. Zwei weiter. Da siehst du, dass es auch so kommt, ich habe geschnitten. Das brennt Licht. Seit wann das. Okay. Dann, dann, dann. Die Stromrechnung doch bezahlt worden. So. So, 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 so. Und du musst dich direkt. Warte, ich weiß jetzt nicht. Habe ich den Schatz schon? Entschuldigung, ich habe das Mikro noch weggehalten. Was sagt eigentlich das Tee aus, die Spielzeit oder was? Dann habe ich ja 19 Stunden schon Wachi gespielt. Tee ist Tee, Pause. Nein, da unten, in der Leiste. Tee Pause. Shit, jetzt ist das Licht aus. Wie soll ich je wieder raufkommen? Ja, das ging irgendwie so. Aber warum sind da jetzt lauter Gegner? Ja, nein! Du musst mit einem Spearman raufkommen, du Vollheld! Draufhüpfen und so. Das ist ein Footballman. Äh, ist dasselbe. So. Achso, deswegen waren das solche komischen Türen. Genau. Solche Arschlöcher, die Entwickler, ne? Echt, hey. Wahrscheinlich ist das irgendwie von Bugs und Bunny. Bugs und Bunny. Nein! Warum ist jetzt auch ein Pelikan da? Gott, das ist... Wow! Gott, das Spiel ist richtig fies. Das ist sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Das Spiel ist ein Virus. Es ist ein Virus. Es ist sehr gefährlich. Bullshit! Absolut nein! Nein! Absolut nein! Ah, da bist du. Vor allem hat er dann später eh zugegeben, dass die Sarah vorher bei ihm war. Ich musste so lachen, ey. Ja, aber nur, dass sie bei ihm war. Ja, das reicht schon. Äh, dass er bei ihr war. Ja, meine ich schon. Aber ich will nicht drüber streiten. Wir haben über das Dschungelcamp schon so oft gestritten. Ja, du hast am Schluss geweint. Ja, weil Peer gewonnen hat. Ich weiß nicht, dass keiner gewinnt. Weil der war... Ja, warum andere Weine bei der Fußball-WM und so? Interessiert mich auch nicht. Kann ich bloß lachen. Ich habe gelacht, als Deutschland rausgeflogen ist. 2006 auch. Ja, da lache ich auch immer. So, und jetzt schalten alle weg. Links, du musst nach links, nicht dahinten. Ja, aber da war er auch noch so ein Ding. Ist mir wurscht, du musst nach links. Werfen. Wirf ihn einfach. Wirf ihn einfach. Und dann geh rüber. Nein. Okay. Okay, links. Okay. Okay. Okay, du machst es gut. Okay, du machst es sehr gut. Okay. Und du nimmst ihn jetzt wieder und wirfst. Genau. Und jetzt kannst du ihn wieder nehmen. Hey, das machst du voll gut. Ich bin echt voll gut von dir. Was? Wenn du wirst. Ich habe diesen Spearman doch gerade in der Hand, oder? Nein. Da sind doch... Keine Ahnung. Schnell vermiert. Kennst du das Sexualverhalten für Football-Mens nicht? Keine Ahnung. Ich weiß jetzt gar nicht. Habe ich den Schatz in dieser Welt jetzt schon gefunden oder nicht? Ich glaube nicht, oder? Ne, habe ich noch nicht gefunden. Nein, das war ja voll irgendein Buch. Kaputt. Oh Mann, diese drüben Buch. Geist. 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 Den brauch ich, ja. Den brauch ich, ja. Den brauch ich. Den brauch ich. Den brauch ich. Ist das der berühmte Komodengeist. Kommod. Ja toll, ich bin. Fällig umsonst in diesem Song. Ich muss wohl zurück. Nein. Er geht es bestimmt weiter. Ja, da geht es weiter. Ja, da geht es weiter. Die Welt heißt ja, der Coming-Back ist difficult. Kult das heißt nicht zurück so ich ich habe jetzt in meiner Tante in Kanada telefoniert auf der Kasse ich und er hat das Ding nur nur kann genau die ihren Schwein oder die Gipfel aber der Zoll ist wegen Dialekt die sagt dass er die Sprichkasse voll gut Deutsch aber hat dann aber so englische also kann auch die Schöne der Kälte die Schöne der Tat haben wir drin. So quasi so, ja, das kann ich verstehen, das ist recht difficult. Okay. Wir haben den Schatz. Das ist quasi die Schwester von meinem Opa, ne? Okay. Also von meinem Verstorbenen. Ja, ja. Okay. Sperman. Ich hab langsam echt genug von Sperman, vor allem weil ich ihn nicht gesehen habe, aber ich glaube, er war... Da? 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 Ja! Danke. Ich hab schon wieder einen Football-Schädel gewählt. Sind sie aber auch ähnlich. So. Ja. Zuerst Wein, jetzt eine Flasche. Was ist so was? Das war eine Flasche. Eine Weinflasche. Wie eine Flasche aussieht, weiß ich. Du bist mein Freund. Kann ich dich mal kurz muten? Muten. Er ist der grüßte. Muten. Er ist der grüßte. Er ist der grüßte. Wo er es ist? Es gibt Spaß. Das war genau so eine nervige Serie. Da dachte ich auch, dann... Hey, die Serie war... Die hab ich voll lustig in Erinnerung. Dann hab ich sie mir wieder mal einmal angesehen und bemerkt... Oh mein Gott, ist das schlecht. Ja, vor allem... Hab mir überhaupt kein Wiss verstanden. Ich muss noch mal kurz Pause machen. Ja, ja, ich hab deine Schwester gehört. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, was heute los ist. Ständig rufen mich Leute an. Und... Reggie muss ständig weg. Was soll denn der Scheiß? Das war nicht sehr klug. Lauf, 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 Mario, obwohl du so fett bist. Lauf, 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 Mario, obwohl du fett bist. Warum muss Mario aufgebogene Spitzen an den Füßen haben? Und wieder ganz zurück. Dann wieder da rauf. Und wette, ich geh sowieso falsch. Ich will doch nur spielen. Nein, ich will doch nur ins Ziel. Oh. Wow, jetzt hab ich's geschafft. Und? Was ist da drin? Ich hoffe, ich bin richtig... Wow. Gott, scheiß HP! Scheiß HP Drucker. Das blinkt jetzt da penetrant rum und ich glaube, das sieht man doch auf der Aufnahme. Ich seh's auch. Nein. Du siehst, das sind... Gott, was soll denn der Scheiß? Warte, ich mach das gleich weg. Wow, das blinkt keinen dran rum. Ich will jetzt einfach mal ins Ziel. So, warte kurz, ich mach das kurz weg. Nein, warte erst. Nein, warte. Nein, warte. Nein, warte. Eine Flasche. Eine Flasche. Eine Flasche. Eine Flasche. Warte mal kurz. Okay. Da das Fenster nun weg ist, können wir ja das Spiel spülen und dann den Part beenden. Der dauert jetzt 20 Minuten. Ich bin eigentlich gut in der Zeit diesmal. Ja, ich glaub, das HP wollte uns nur editieren, damit wir jetzt nicht auf die Eins wetten. Ja. Weil es ist kein Eins. Oder, oder, oder es könnte alles sein. Oh Gott, es könnte... Was könnte es sein? Acht oder neun oder zwei? Zwei! Gut gemacht. Gut gemacht. Gemacht. So, okay. Ein Kartenteil fehlt uns noch. Das heißt, noch ein Level und dann haben wir das Spiel durch. Oh Gott, ich hab Angst. Das Spiel vorbei. Wir werden immer wieder was miteinander zu tun haben. Meinst du? Bis sich Wacheland 3 anfangen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.